Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wie versprochen das Video zur Neuauflage unseres Webinars Optionshandel für kleine Konten. Wir haben ja bereits im Frühjahr 2015 das Webinar Optionshandel für kleine Konten durchgeführt. Das war damals ein riesiger Erfolg. Wir hatten ursprünglich mit 100 Teilnehmern gerechnet. Am Ende waren es fast 300. Ein paar Monate später bekommen wir immer noch viele Anfragen, ob wir dieses Webinar einmal wiederholen können. Jetzt ist es soweit. Wir wiederholen also dieses Webinar. Wir legen es neu auf. Das erste Webinar gibt es ja hier schon auch bei uns als DVD. Jetzt haben wir uns natürlich gesagt, wir machen natürlich nicht einfach nur eine plumpe Wiederholung. Das heißt, einfach die Inhalte, die wir vor sechs Monaten schon mal hatten, einfach nochmal wiederholt. Nein, wir haben das Ganze natürlich ein wenig ergänzt. Wir haben das verbessert. Wir haben die Anregungen, die wir bekommen haben, die haben wir natürlich mit eingebaut. Wir haben ein paar Dinge neu dazu genommen in diesem Webinar und die will ich jetzt in diesem Video kurz erläutern. Am Anfang müssen wir aber natürlich mal reinschauen, hat es sich denn überhaupt gerechnet, dieses Webinar? Das heißt, hat sich denn das überhaupt gelohnt für die Teilnehmer? Wir hatten ja gesagt, okay, wenn wir so ein Webinar machen, Optionshandel für kleine Konten, dann ist ja nicht nur Sinn und Zweck, dass so ein kleines Konto handelt, sondern dass man dieses Konto auch entsprechend nach vorn bringt. Und wir haben gesagt, für wen eignet sich dieses Seminar und wer also mit Optionen handeln will und hier dieses Seminar oder da teilnehmen will, der sollte also ein Konto haben von etwa 5.000 Euro und man kann das aber sicherlich auch noch bis 25.000 Euro handeln, also 25.000. Natürlich haben wir auch Teilnehmer gehabt, die haben das mit 100.000 oder 200.000 Euro gehandelt, aber in diesem Webinar geht es eben hauptsächlich darum, wenn ihr ein kleines Konto habt, wenn ihr also wirklich sagt, Mensch, ich habe nur ein 5.000er Konto oder nur ein 10.000er Konto, da ist ja Optionshandel immer ein bisschen schwierig und deswegen haben wir spezielle Strategien herausgesucht, die mit diesen kleinen Konten anwendbar sind und damit man natürlich dieses kleine Konto auch ein wenig nach vorn bringt. Denn unser Ziel ist es, dass wir sagen, wir wollen so ein kleines Konto zwischen 2 und 5% pro Monat nach vorn bringen. Und nun sind das ja häre Worte, dass man sagt, okay, 2 bis 5%, wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet, dann ist das ja eine ganze Menge. Und die Frage ist ja immer, können wir denn überhaupt das halten, was wir versprechen? Und wir schauen uns mal als allererstes nochmal einen kleinen Rückblick auf das erste Video an. Nämlich damals habe ich ein Konto von mir gezeigt mit der Wertentwicklung von Januar bis März und das schauen wir uns jetzt mal an. So und jetzt schauen wir einfach mal in das Konto hinein. Sie sehen also, ich habe hier in diesem Konto einfach die Kontoverwaltung aufgerufen. Das Konto wird bei CapTrader geführt und ich zeige mal hier die Kontoinformationen. Das Konto ist also das Konto meiner Frau. Ich nutze also ihr Konto für diese Strategien, die man bei einem kleinen Konto anwendet. Sie sehen, es ist ein ganz normales Konto, also ein Individualkonto mit Rackteam Margin. Also das, was jeder ganz normal, wenn er privat ein Konto eröffnet, was er hier eröffnen kann. Und es ist auf Euro geführt. So und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie sich dieses Konto entwickelt hat. Also ob diese Aussage 2 bis 5 Prozent pro Monat, ob denn das überhaupt realistisch ist. Ich habe dieses Konto eröffnet im Dezember 2014 und wir schauen uns einfach mal an, wie sich das Ganze jetzt im Laufe des bisherigen Jahres entwickelt hat. Also Sie sehen hier, ich zeichne uns das auch ein wenig an. Wir hatten also zum 31. Dezember 2014 einen Stand in diesem Konto von 3.019 Euro. Das Konto wird in Euro geführt. So, aktuell stand 19. März, beträgt der Kontostand 5.377. Sie können hier auf der Seite allerdings auch sehen, dass ich mittlerweile in dieses Konto weitere von dem Anfangsstand von 3.019 noch mal 1.950 Euro eingezahlt habe. Das Thema Einzahlungen, gerade bei kleineren Konten, ist enorm wichtig und wird ja auch mit behandelt. So, was ist aber reell wirklich an Rendite rausgekommen? Und das kann man hier erkennen, nämlich in der sogenannten Market-to-Market-Bewertung. Und das sind 482 Euro, die also an Gewinn dazugekommen sind. Dann sehen wir hier unten, da gehen natürlich noch ein bisschen Gebühren ab und Commissions und so weiter. Und am Ende ergibt das allerdings hier eine zeitgewichtete Rendite. Da wird also nicht die Einzahlung mitgewertet, sondern wirklich nur das, was war da und was ist tatsächlich dann entstanden. Die Einzahlung erfolgt auch nicht mit einmal, sondern verteilt. Und da sehen wir, es ist hier eine Rendite von knapp 12% in reichlich drei Monaten entstanden. Also der Januar, der Februar und der März ist noch nicht ganz vorbei. Und deswegen ist also diese Aussage 2 bis 5% pro Monat. Die ist also absolut realistisch. Warum wird es der eine oder andere sagen, zeigt er uns jetzt hier nicht ein Konto mit 10 Jahren? Ganz einfach, weil sie natürlich ein kleines Konto, wenn sie das mit 2 bis 5% jeden Monat anwachsen lassen und wenn sie zusätzlich noch Geld jeden Monat einzahlen oder quartalsweise, dann ist es kein kleines Konto mehr. Und dann können sie einige dieser Strategien, die wir hier im Webinar besprechen werden, nicht mehr anwenden. Aber solange das Konto beispielsweise jetzt unter 20.000 Euro ist, wird man solche Strategien anwenden können. Und dieses Konto hier, das werden wir auch während des Webinars nutzen. Das heißt, alle Trades, alle Strategien, die wir besprechen, werde ich live mit Ihnen in diesem Konto handeln. Und wir können also dann sehr schön auch schauen, wie hat sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, das hier ist die Zielgröße. Also 2 bis 5% pro Monat und wir sind ja mit insgesamt 11 Wochen, fast 3 Monate dabei. Das heißt also, da sollte dann irgendwas zwischen 6 bis knapp 15% Rendite auf diesem Konto zusätzlich zu den schon Erreichten entstehen. So, das war der Blick ins Konto. Wieder zurück zu mir als Bild. So, wir hatten also damals eine Wertentwicklung von ca. 11% in diesen, ja, das waren damals knapp 3 Monate. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hat sich denn das Ganze weiterentwickelt? Und deswegen machen wir ganz einfach eins. Wir schauen jetzt nochmal in dieses Konto hinein. Also genau das gleiche Konto, wie hat es sich denn jetzt vom 1. Januar bis heute, heute ist der 21. September 2015, wie hat sich das eben weiterentwickelt? So, und jetzt sind wir also hier im aktuellen Konto drin. Man sieht hier oben rechts der 21. September 2015. Das heißt, das ist also wirklich ganz, ganz aktuell aufgenommen. Man kann auch hier die Kontonummern vergleichen. Das ist also nach wie vor das gleiche Konto. Es ist immer noch ein Individualkonto mit Dragteam Margin. Läuft immer noch auf meine Frau. Also alles noch ganz normal. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an. Wir hatten ja knapp über 11% im März. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist bis September jetzt aus diesem Konto geworden? Und ich kennzeichne uns wieder die Punkte, die interessant sind. Also hier vom 31. Dezember bis zum 21. September. Wir sehen, das war das Startkapital, 3.019 Euro. Ich habe dann jetzt in der Zwischenzeit 3.750 Euro eingezahlt. Ich habe am Anfang mal eine Summe gezahlt und dann jetzt regelmäßig Monat für Monat 150 Euro. Und dann sehen wir jetzt auch hier, was an Gewinn rausgekommen ist, nämlich 1.846 Euro. Und wenn man das eben jetzt vergleicht, dann kommt man auf eine aktuelle Zeitgewichtete Rendite von 29,95%. So, und wenn wir einfach mal sagen, okay, wir haben jetzt September, gehen wir davon aus, der Monat wäre schon vorbei. Das sind also roundabout 30% durch neun Monate. Das heißt also, wir haben etwas mehr als 3% pro Monat mit diesem Konto erzielt. Also genau das, was wir mit dem Optionshandel für kleine Konten anstreben, zwischen 2 und 5% im Monat. Wie gesagt, es gibt Monate, da macht man nur 2%. Dann gibt es mal wieder Monate, da macht man 5%. Im Schnitt liegen wir hier jetzt aktuell bei 3%. Ich glaube, das ist keine ganz schlechte Entwicklung. Und man sieht auch, ich habe natürlich auch einiges hier an Gebühren bezahlt. Wir wissen ja, dass die Gebühren immer ein wichtiger Einflussfaktor bei kleinen Konten ist. Aber man kann ja, glaube ich, ganz gut erkennen, trotz der verhältnismäßig hohen Gebühren, habe ich dennoch ein wirklich ordentliches Ergebnis erzielt. Und darum soll es ja auch im Webinar gehen. So, wir sehen also, das Konto hat sich genauso weiterentwickelt, wie es am Anfang war. Wir sind also ungefähr bei etwa 3%, ein bisschen was mehr als 3% im Monat geblieben. Das Konto liegt jetzt 30% im Plus. Und ich denke, das ist ein ganz guter Beweis dafür, dass man mit den Strategien, die wir hier im Webinar Optionshandel für kleine Konten angewandt haben, dass man damit wirklich in der Lage ist, ein Konto nach vorn zu bringen. Jetzt schauen wir uns mal an, was werden wir denn hier in der Neuauflage des Webinars alles machen. Das eine oder andere wird dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommen, aber es wird eben auch, wie schon versprochen, neue Dinge geben. Wir werden uns natürlich wieder mit grundsätzlichen Dingen beschäftigen. Also, wir werden uns natürlich wieder über das Thema Margin unterhalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für kleine Konten. Denn ein großes Konto zu handeln, ist immer relativ einfach, weil man eben so viel Geld hat. Wenn man aber eben nur ein kleines Konto hat, dann muss man ja sehr genau darauf schauen, nehme ich jetzt diesen Kontrakt oder nehme ich diesen Kontrakt, mache ich diesen Trade oder diesen Trade. Und man kann eben nicht 20 verschiedene Trades machen gleichzeitig, weil die Margin nicht langt. Deswegen werden wir sehr, sehr intensiv über das Thema Margin sprechen. Natürlich werden wir auch über den Punkt Risiko sprechen. Viele haben gefragt, kann ich denn diese Strategie auch in einem großen Konto anwenden? Und da muss man sagen, natürlich kann man das genauso auch in einem großen Konto machen. Allerdings wird man natürlich das Risiko in einem großen Konto etwas anders verteilen. Warum wir das jetzt hier allerdings machen, warum wir hier über das Risiko sprechen, ist natürlich, wir wollen ein kleines Konto nach vorn bringen. Das heißt, wir wollen nicht ein 5.000-Euro-Konto haben, um am Ende des Jahres sagen zu können, so, jetzt haben wir 5.400 Euro. Also heißt, 8% Gewinn gemacht. Wir müssen das schon ein bisschen nach vorn bringen, damit einfach aus dem kleinen 5.000-Konto über kurz und lang mal ein 10.000, 15.000, 20.000 wird. Und das geht eben nur, wenn man bestimmte Dinge des Risikos beachtet. Und das ist nicht immer unbedingt so die Lehrbuchmeinung, die man über Risiko hat. Und warum wir das hier ein bisschen anders machen, das besprechen wir im Webinar. Wir werden die verschiedenen Underlyings besprechen, die man in so einem kleinen Konto handeln kann. Und da steht jetzt hier schon neu und ich werde gleich darauf kommen. Wir werden ein neues zusätzliches Underlying mit hineinnehmen, wo wir einfach in den letzten Wochen und Monaten gemerkt haben, dass sich das gerade in Verbindung mit unserem Partner hier sehr, sehr gut eignet, um da etwas mehr zu machen, um dann noch in der einen oder anderen Situation ein paar zusätzliche Euros mit fürs Konto rauszuholen. Strategien, gehe ich gleich nochmal darauf ein. Alles wie gehabt, aber auch hier werden wir noch eine weitere zusätzliche neue Strategie mit ins Boot nehmen. Die ist so ein bisschen entstanden aus den Anregungen unserer Kunden, der Teilnehmer des ersten Webinars. Und es ist eine Strategie, die mit einer anderen, die wir hier handeln, zwar mit den Earnings enorm verwandt ist, die aber, wenn man sie nutzt, auch nochmal sehr, sehr gute Resultate bringen kann, die jetzt nicht Tag für Tag gehandelt werden können. Aber wenn das auftritt, dann kann man die entsprechend gut nutzen. So, und wir werden natürlich auch darüber sprechen, wie bringt man denn überhaupt ein kleines Konto zum Wachstum, weil eins ist Fakt, niemand, der ein kleines Konto nicht nach oben handeln kann, kann ein großes Konto handeln. Aber ein großes Konto handelt man anders wie ein kleines und wir werden eben hier speziell auf das kleine Konto eingehen. Was kann man denn alles noch außer dem Trading machen, um das Konto ein bisschen voranzubringen? Weil, wie gesagt, das Ziel muss es sein, dass man eben aus dem 5000er-Konto irgendwann mal vielleicht ein 25.000er macht, weil dann wird es viel, viel einfacher beim Handeln. So, jetzt schauen wir uns mal an, was werden wir für Instrumente handeln. Aus dem ersten Video, aus dem ersten Lehrgang kennt man das noch, wir werden natürlich Optionen handeln. Und zwar, wir werden ETFs handeln oder die Optionen auf ETFs, wir werden Aktienoptionen handeln und wir werden sogar Future-Optionen handeln, wenn es sich denn anbietet. Aber, was ist denn jetzt hier das Neue? Und das, was wir jetzt hier machen, das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, denn wir werden auch CFDs mit handeln. Jetzt wird der eine oder andere sagen, um Gottes Willen, CFDs, das sind doch diese Abzockinstrumente und das stimmt bei vielen Brokern auch, aber wir haben mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, wo man CFDs sehr, sehr vernünftig einsetzen kann. Und gerade, wenn man ein kleines Konto hat, das hat was mit dem Thema Margin auch zu tun, da können CFDs sehr, sehr hilfreich sein, jetzt nicht als permanentes Handelsinstrument, aber es gibt bestimmte Situationen, auf die werden wir eingehen und wo man mit Hilfe dieser CFDs doch noch den einen oder anderen extra Euro mitmachen kann. Und wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert und wann man es einsetzt, dann kann das durchaus ein sehr, sehr nützliches, hilfreiches Instrument sein. Vor allen Dingen dann, wenn einfach das Konto zu klein ist, um beispielsweise direkt mit Aktien zu handeln, dann kann sich das hier mit diesen CFDs sehr, sehr gut lohnen. Wir bleiben nochmal um auf die nächste Seite. Es wird natürlich auch wieder um einige Schlüsselkonzepte gehen. Das heißt, mir ist es ja immer ganz wichtig, dass unsere Kunden verstehen, was sie denn da machen. Also nicht nur so dieses herkömmliche, wenn das passiert, macht ihr das, wenn das passiert, macht ihr das, sondern wir wollen eine Strategie haben oder wir wollen Strategien haben, die nachvollziehbar sind, mit denen man weiß, warum gewinne ich und warum verliere ich aber auch in manchen Situationen. Und deswegen wird es bestimmte Schlüsselkonzepte geben, die wir hier ganz einfach nochmal im Detail behandeln. Also, das sind so Dinge wie Volatilität, die IVR. Ich glaube, IVR, seitdem wir das vor einem halben Jahr hier angeschoben haben, kann man in vielen Internetforen, die sich mit Optionen beschäftigen, über das Thema IVR etwas lesen. Für viele ist das wirklich zum Standard geworden und deswegen, für alle, die es nicht kennen, werden wir das hier an der Stelle nochmal erläutern. Wir werden über die sogenannten Pop-Werte sprechen, den sogenannten Probability of Profit, also die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns, aber wir werden auch über so etwas sprechen wie Probability of Touch, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Strike berührt wird und was man da machen muss, weil gerade bei Aktienoptionen ist das eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man versteht, warum manchmal ein Trade nach hinten laufen kann und wie man ihn dann richtig repariert. Das Reparieren wird ein großer Bestandteil sein. Wir wussten in dem ersten Webinar gar nicht so viel reparieren, deswegen haben wir da auch hier ein paar extra Sachen noch gemacht, damit man das einfach noch besser und noch mehr zeigen kann. So, und dann geht es natürlich noch um so Dinge wie Standard Abweichung, also Standard Deviation, Return on Capital, Return on Martian, also diese ganz klassischen Sachen, die man einfach braucht im Auktionshandel. Es geht um das Thema Liquidität, gerade jetzt. Wir hatten im August ja diesen großen Einbruch an den Märkten, der war jetzt in abtreibenden Zahlen betrachtet, nicht so groß oder prozentualen Zahlen, aber der war sehr heftig. Die Liquidität in vielen Märkten war nicht gegeben, was kann man da machen an so einem Tag, was kann man machen, wenn die Spreads sehr, sehr weit sind. All das werden wir hier unter dem Punkt mit behandeln. So, jetzt schauen wir uns an, was werden wir hier für Strategien behandeln. Und da wird es insgesamt, werden wir uns auf vier Dinge hauptsächlich konzentrieren. Zum einen, und das wird der Schwerpunkt sein, werden wir natürlich Short Puts und Short Calls behandeln. Wir haben hier nochmal eine Verfeinerung vorgenommen, wo man ganz genau und ohne Interpretation herausfinden kann, wann verkaufe ich Puts, wann verkaufe ich Calls, in welchen Aktien verkaufe ich Puts, in welchen verkaufe ich Calls. Wir werden da Checklisten dazu machen, sodass man wirklich keine falschen Entscheidungen mehr treffen kann. Also, dass man dann nicht sagen kann, Mensch, ich habe hier einen Put verkauft und jetzt rauscht mir der Gesamtmarkt nach unten weg, sondern das werden wir mit Hilfe von Checklisten auszuschließen müssen. So, wir werden auch Strangles machen. Strangles, nach wie vor einer meiner Lieblingsstrategien, warum man kann auf beiden Seiten was verdienen und man hat wenig Margin-Einsatz. Auch das werden wir hier wieder im Webinar besprechen mit Beispielen, mit Live-Beispielen, mit Beispielen aus den letzten Monaten, sodass man da wirklich ein gutes Bild davon bekommt. Jetzt geht gerade auch wieder die Earnings-Saison los, deswegen werden wir auch wieder Earnings besprechen und zu den Earnings hatten wir im ersten Webinar die meisten Rückfragen. Wir hatten sehr, sehr viele Teilnehmer, die ganz hervorragende Ergebnisse erzielt haben, also die teilweise noch 4-5% manchmal in einer Woche gewonnen haben. Wir wissen, das lässt sich jetzt nicht forttreiben, aber das sind natürlich tolle Ergebnisse. Aber wir hatten auch viele Fragen, was ist denn, wenn dann doch mal so eine Aktie ein bisschen mehr springt, als ursprünglich erwartet. Und daraus haben wir eine neue Strategie. Es ist keine neue Strategie, sondern eine bekannte Strategie, aber extra für die kleinen Konten hier nochmal mit dazu genommen, wo man nämlich genau, wenn so etwas passiert, also wenn Aktien mehr springen, als das zu vermuten wäre, wo man dann ansetzen kann, kann man sagen, okay, jetzt kann ich hier besondere Trades machen. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Sache werden. Und da wird für viele nochmal die Werten, dann kann ich mir vorstellen, sagen, von der klassischen Earnings-Strategie auf diese neue Earnings-Strategie wechseln, weil ich sage, aha, da habe ich nicht ganz so viele Trades, aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist viel, viel höher und vor allem, man kann viel ruhiger schlafen damit. So, und dann werden wir natürlich auf Sondersituationen eingehen. Wir haben ja momentan wirklich sehr tolle, aktuelle Sondersituationen, die wir noch besprechen können. Also, im August dieser große Einbruch im S&P, im DAX und überall innerhalb von zwei, drei Tagen. Wie kann man das nutzen? Kann man das mit einem kleinen Konto nutzen? Was macht man in so einer Situation, wenn wie gestern die VW-Aktie 25% fällt? Wie kann ich das nutzen? Es geht ja nicht so sehr darum, das im Vorfeld zu erkennen, aber wenn dann etwas passiert, wie nutze ich so etwas? Und genau das werden wir beim Thema Sondersituationen mit besprechen. Okay, wir arbeiten jetzt langsam nach hinten. Nochmal ein neuer Punkt. Wir haben gemerkt, dass ganz viele Neueinsteiger Probleme mit der Handelsplattform haben. Das heißt, die Trader-Workstation, die wir ja in unserem Live-Handel verwenden, die ist natürlich eine super Plattform, mit der kann man alles machen, aber für Neueinsteiger ist das relativ kompliziert. Und aus dem Grunde haben wir hier also extra nochmal was mit reingepackt und haben gesagt, okay, wer diesen Lehrgang mitmacht, der kann am Ende die TWS bedienen, er kann sie einrichten, er weiß, wo er die wichtigsten Dinge findet. Also, das heißt, wir werden über Software sprechen, die Handelsplattform und eben auch diese Einrichtung der TWS, das wird jetzt ein fester Bestandteil des Lehrgangs sein. Wir haben beim letzten Mal das immer so ein bisschen am Rande mitgemacht. Ich habe natürlich viel gezeigt. So setzt man einen Spread auf, so findet man die entsprechenden Optionen. Hier werden wir das nochmal ganz gezielt machen und zwar mit extra Videos, die man sich also dann auch immer wieder anschauen kann, wo man dann weiß, okay, jetzt kann ich endlich diese TWS, die ehrlich gesagt gar nicht so kompliziert ist, wenn man einmal weiß, wo man hinschauen muss, jetzt kann ich die richtig bedienen. Ich weiß, wo etwas zu finden ist und dann kann ich das entsprechend nutzen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil für alle, die sich jetzt immer noch unsicher sind bei der Bedienung dieser Plattform. Also, denen kann ich versprechen. Die Unsicherheit wird nach dem Webinar sicherlich weg sein. Okay, nachdem wir jetzt so viel über Inhalte gesprochen haben, sprechen wir nochmal kurz. Was ist also jetzt alles enthalten? Also, wir werden 10 Stunden Live-Webinar machen. Die Daten stehen schon unten fest. Die sind also jetzt schon festgelegt. Jeder einzelne Tag steht fest. Wir werden natürlich wieder den Live-Huddle machen. Das heißt, die Positionen während der Webinare aufsetzen und falls sich etwas ergibt, außerhalb der Webinarzeit, werden wir wieder Videos aufnehmen, werden die herumschicken, sodass dann jeder sehen kann, aha, heute hat er so einen Trade gemacht, heute hat er so einen Trade gemacht. Diese Live-Webinare werden natürlich wieder aufgezeichnet und sie werden am gleichen Tag online gestellt. Das heißt, diese Webinare werden immer 17 Uhr stattfinden und die werden immer noch am gleichen Tag online sein. Also spätestens so 19 Uhr werden die online sein, sodass auch derjenige, der mal einen Termin verpasst, das Ganze sich abends live anschauen kann. So, es gibt wieder 10 Videos dazu und zwar nicht die, die schon beim ersten Mal waren, sondern wir werden neue Videos machen. Die werden ergänzt werden, mit neuen Inhalten, die werden neu aufgenommen, sodass man die entsprechend hat. Es wird 10 PDFs dazu geben. Also zu jedem Live-Webinar wird es auch ein PDF geben oder etwas, ein ergänzendes PDF, also mit einer Strategie, mit all den Dingen, die wir besprechen. Da nehmen wir auch nicht einfach nur die alten, sondern wir haben diese PDFs nochmal überarbeitet, wir haben sie ergänzt, wir haben neue Dinge eingefügt, Dinge, die nicht so ganz klar waren, haben wir detaillierter beschrieben, sodass jetzt wirklich die Dinge, wo man sagt, wie ist das jetzt genau gemeint, dass die jetzt ganz, ganz klar beschrieben sind. Und wir werden es wieder so machen, dass man also vor jedem Live-Webinar etwas zugeschickt bekommt. Das heißt, man kann sich darauf vorbereiten. Das startet immer eine Woche vorher. Also das heißt, wir werden immer am Freitag, wenn also am Dienstag des Webinars, werden wir immer am Freitag zuvor die Unterlagen per Mail verschicken bzw. auf unserer Webseite zur Verfügung stellen, damit einfach jeder übers Wochenende schon mal ein bisschen reinschauen kann und sich auf das kommende Webinar vorbereiten kann. Es wird natürlich hier wieder ein Fragen-Antwort-Webinar geben zum Schluss, wo man alle seine Fragen, die man hat, loswerden kann. Viele Fragen werden wir wieder mit extra Videos beantworten, weil das sonst einfach den Rahmen sprengt. Und, und das ist jetzt etwas Besonderes, wir werden natürlich alle diese Dinge wieder auf eine DVD brennen und jeder, der an diesem Webinar teilnimmt, der wird diese DVD bekommen, aber der wird zusätzlich auch noch die erste mitbekommen. Das heißt also, es wird für jeden am Ende, wer ganz neu dabei ist, für den wird es also hier diese DVD Nummer 1 geben und zusätzlich mit dazu und die DVD Nummer 2. Wer Wiederholer ist, da komme ich gleich noch drauf, der wird zusätzlich natürlich diese zweite DVD bekommen. Das heißt, Sie bekommen hier eigentlich zwei Webinare zum Preis von einem. So, was kostet das Ganze jetzt? Wir leben ja in Zeiten, wo es keine Inflation gibt und deswegen gibt es auch keinen höheren Preis. Hier nochmal der Startdatum, 20. Oktober 2015, 17 Uhr, das ist ein Dienstag. Also, was kostet dieses Webinar? Diese komplette Webinarreihe mit all den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, kostet für Neukunden, das heißt diejenigen, die noch nicht an diesem Webinar teilgenommen haben, 450 Euro für alle Wiederholer oder alle, die im Nachgang einfach nur die DVD gekauft haben. Es gibt ja auch viele, die diese DVD gekauft haben. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte einfach nochmal an diesem Webinar teilnehmen, ich möchte es nochmal live mitmachen, die können als Wiederholer für 100 Euro an dem Webinar teilnehmen, weil wir wollen natürlich auch, dass diejenigen, die schon mal daran teilgenommen haben, an diesen neuen Dingen teilhaben können. Wir haben auch schon wahnsinnig viel Anmeldung jetzt von ehemaligen Teilnehmern bekommen. Das spricht natürlich auch dafür, dass es wohl ziemlich gut gewesen sein muss, das erste Webinar. Preise sind immer inklusive Mehrwertsteuer, das heißt also auch für unsere Kunden in Österreich, in der Schweiz oder wo auch immer ihr herkommt, Teilnehmer aus Holland gehabt, aus Belgien, aus Neuseeland, für alle gilt der gleiche Preis, 450 Euro beziehungsweise 100 Euro inklusive Mehrwertsteuer. So und zum Schluss, wir haben natürlich wieder mit unserem Partner CapTrader einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, komm, kannst du das Ganze wieder ein wenig mit sponsern und das Ganze sieht also folgendermaßen aus. Für jeden, der ein neues Konto bei CapTrader öffnet oder ein bestehendes Konto nochmal mit mindestens 5000 Euro auffüllt, der erhält von CapTrader direkt auf sein Konto 150 Euro dazu. Das heißt also, Sie melden sich bei uns an, Sie bezahlen hier ganz normal Ihre Rechnung, eröffnen das Konto bei CapTrader und CapTrader bucht Ihnen automatisch diese 150 Euro drauf. Wenn Sie schon Kunde bei CapTrader sind oder wenn Sie ein Konto aufmachen und zwar mindestens 25.000 Euro auf dieses neue Konto oder auf ein bestehendes Konto mindestens nochmal 25.000 Euro drauf, erhalten Sie von CapTrader diese 250 Euro. Also wie gesagt, das geht nicht hier vom Preis anbezogen, sondern das bekommt Sie von CapTrader direkt auf Ihr Handelskonto. Das heißt also, wer ein 5000er Konto eröffnet, kriegt diese 150 Euro, hat schon mal 3% Gewinn gemacht. Okay, das war's mit der Vorstellung für dieses Webinar. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald sehen werden, nämlich hier am 20. Oktober 2015. Wir haben viele Kapazitäten, also das heißt, wir haben extra das Ganze eine große Software gekauft, eine große Lizenz, damit man auch wirklich alle Kunden teilnehmen können. Das heißt, jeder kann sich anmelden. Wir machen also jetzt nicht eine künstliche Verknappung und sagen, es sind nur 100 Plätze frei. Nein, wir haben, glaube ich, sowieso schon wieder knapp 100 Anmeldungen. Also deswegen, es ist für jeden Platz, jeder, der teilnehmen will, kann teilnehmen. Wer noch Fragen hat, schickt die einfach an info-adoptionsstrategien.com. Ansonsten über den Link, der hier im Video unten mit ist, beziehungsweise in den E-Mails, die Sie von uns enthalten, mit dabei ist, können Sie sich für dieses Webinar anmelden. Dann geht das ganz normal. Sie bekommen eine Rechnung bezahlt. Und dann geht es hier am 20. Oktober, also in circa vier Wochen, geht es los. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dabei sind bei diesem Webinar. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz, ganz tolle Sache für uns alle, sodass wir zum Ende des Jahres nochmal eine schöne Jahresendrallye in unseren Konten hinlegen können. Denn es ist vollkommen egal, wie sich die Märkte entwickeln. Man hat das, glaube ich, an meinem eigenen Konto gesehen. Wir hatten am Anfang des Jahres eine sehr schöne Entwicklung nach oben. Jetzt hatten wir eine sehr schöne Entwicklung nach unten, aber wir hatten insgesamt eine positive Entwicklung in unserem Konto. Und darauf kommt es an, dass man einfach in jeder Börsensituation Geld verdienen kann. Das war's. Wir sehen uns am 20. Oktober oder hier auf diesem Kanal. Bis demnächst. Danke. Tschüss. Bye, bye.